Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Fantasy Mord, mit dem Werten Asrak. Ich schwinge das Schwert. Hi Welt. Schwing dein Schwert. Gut, dass du das so gesagt hast und ich das was anderes zu sagen. Warte, hier stehen wir. Ja, zurück, 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 zurück. Ich habe Geschenke. Geschenke, ja. So, einmal das hier. Oh, geil. Dann das hier. Nice. Woran habe ich einen Schaden bekommen jetzt? Aua. Wann jetzt los? Hast du es noch? Ich habe, ja. Ach, pass auf, das muss ich in der Kiste packen. Ich habe eine Blitz-Potion-Bombe getroppt, rechte Kiste. Okay. Dann hat die aber gar keinen optischen Effekt, aber wir haben alle ein bisschen Schaden bekommen. Das ist ja interessant. Interessant. Okay, gut zu wissen. Ja. Achso, und Eisbell habe ich hier auch noch für dich. Die droppe ich dir einmal, sieben Stück. Wo? Genau, so, das... Wo sind die getroppt? Eigentlich hier. Habe ich eigentlich genau hier fallen lassen. Och Mann, sieben Eisbells waren das. Schade. Okay, ab sofort Zauber-Sachen nur noch in Kisten packen. Ja, nur noch in Kisten. Ja, okay. Wie doof. Okay, gut. Passiert. Ja. Ja. Du willst wirklich nichts mit Lightning bauen, weil ich hätte hier 51 Lightning Essenzen. Die bräuchtest du, glaube ich, auch noch. Oder du könntest sie in die Hand nehmen. Sonst schmelze ich die hier, obwohl... Ja, ich finde, die sind einschmelzend wahrscheinlich. Ja. Aber eine Conjure könntest du schon mal bauen, einfach. Nee, habe ich im Moment kein Verlangen nach. Ja gut, aber der frisst ja kein Brot. Also, du weißt das nicht. Ja, heb sie auf. Ist ja nicht schlimm. Je, sonst würde ich sie schon für Zauber einsetzen. Ja, dann setz sie für Zauber ein. Alles gut. Müsste dann jetzt aber weg. Hab ich denn... Ah, ich habe mein Level abbekommen. Fire Mastery würde ich jetzt ganz gerne... Ähm... Learned here to fire Spellcraft. FJ67, grüß dich, hi. Alter, Fire Spell zu können. Cast Fire Spell, 10% higher health. Learned to curve the core. Awaken Fire... 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 Fire Spellcast. Spellcast Mastery. Sorcery Level 3. Das kommt erst mal gar nicht in Schrabe. Spellcast Mastery. Level 2 brauche ich dafür. Ich habe ja nicht mal Level 1. Bye. Wo wollte ich hin? Die rechte Maus ist im Alter gar nicht. Das ist wichtig, aber die war nicht. Wo wollte ich denn hin? Spellcast, hold primary channel, hold secondary action button. Das verstehe ich nicht. Riesentolles Skelett. Riesentolles Skelett. Das ist ein Wehrwolf. Du bist Fleisch. Komm schon. Was für ein Riesenvieh. Oh man. Ja, ab Level 3. Aber das ist auch irreführende Bezeichnung dann so ein bisschen, ne? Findest nicht? Lightning Spell, Lightning Spellcast. Ich müsste mir mal einen neuen Fire Spellcast herstellen, aber der kostet halt 40 Fire Essenzen. Ja gut, machen wir das. Toll. Das reicht hier im Leben nicht. Okay. Das können wir mal drin lassen. Ich habe ja noch ein paar. Da waren die Händlertokens drin. Hier irgendwo. Haben wir Forged Iron? Ja, haben wir ein bisschen. Ich brauche wahrscheinlich nur einen. Ne, das ist Forged Steel. Hast du mal Forged Iron hergestellt oder so? Ne, gefunden. Oh, okay. Naja. Liegt in der anderen Kiste. Weil ich würde ganz gerne mein Schwert reparieren, weißt du? Ja, ein Forged Iron Schwert wieder wie neu. Top. So muss das sein. Das ist top. Ich habe jetzt auch mal meinen, ich habe mal den, ich habe jetzt weder im Bogen noch im Schwert die Farbe drin, die den Schaden verstärkt, weil ich habe jetzt im Schwert auch so ein Blitzdings, weißt du? Ja. Ich habe hier die zweite Quest gemacht, das bringt das, das bringt noch so ein Ding, genau. Ja, das ist doch super. Wir haben doch hier irgendwo noch Clay übrig gehabt, dann würde ich nochmal Clay einschmelzen. Wir haben da bestimmt ganz viel Clay irgendwo, oder? Aber wo? Hast du Clay irgendwo gesehen? Oder haben wir den doch komplett eingeschmolzen? Muss ja. Ich glaube, Clay ist weg. Wir haben auch nicht viel Clay geholt. Ja, ich kann ja mal eine Schaufel machen und dann... Na komm. So. Jus. Steel Crossbow Bolt. Die sind doch hier. Ja, genau. Haben wir denn hier irgendwo eine Schaufel oder sowas? Aber du wolltest mir noch eine Steel Pick... Die ist da, die musst du gucken, die ist bei den Werkzeugen. Ja, aber die Style Pick... Die Style Pick X kostet, glaube ich, richtig Ausdauer... Ne, so viel kostet sie gar nicht. So viel kostet sie, glaube ich, gar nicht. Ich gucke gerade, ob wir noch eine Schaufel haben. Ne, kann ich mir aber eine machen. Eine Schaufel müssten wir auch haben. Dann würde ich mal mit einer Steinschaufel sonst eben. Auf Anhieb sehe ich da jetzt keine Schaufel drin. Das muss überhaupt nichts heißen bei mir, aber ich sehe da gerade keine. Dann kann ich ja mal ein bisschen Clay besorgen, weißt du? Mhm. Das ist die Überlegung. Du bist jetzt wo und was und machst was? Lootest du ein bisschen rum oder so? Ich loote gerade so ein bisschen durch die Gegend. Ähm, wo bist du denn da im... Hm. Oh. Ich gehe mal in den Süden. Wir können auch einfach mal stumpf jedes Haus plündern oder sowas, ne? Dieses hier zum Beispiel. Oh. Ich muss hier raus. Die Frau verprügelt mich noch her. So, daheim. Schön. Na komm, kipp rum, La Gerta. Na toll, und ich muss schon wieder auf den Pott. Die Früchte gegessen. Meinst du, dass es beschleunigt ist? Mhm. Moment, hier hat doch jemand einen Beutel fallen. Also setz zumindest den Wert höher. Ich muss doch ein Beutel... Ich hab doch ein Beutelgeräusch gehört. Äh. Habt ihr auch gehört, ne? Das Geräusch eines Beutels, ne? Die beiden sind schon despawned. Aber die nehmen doch hier den Beutel nicht mit. Hier ist die La Gerta gestorben, und hier ist der andere Typ gestorben. Aber wer hat denn jetzt wo den Beutel fallen lassen? Ist hier kein... Oder auch da. Oh, der ist aber unnauffällig. Bicycle-Chassis. Ja, das Zweite inzwischen. 11.000 Casino-Tokens waren in der Kiste. Mhm. Ich hatte ja auch 11.000 rausgeholt. Wir brauchen halt nur mal einen Händler. Die haben ja instant respawned in diesem Haus. Das ist unheimlich. Einmal weg, Armour. Ich hab ne Ho. In der Ho haben wir doch schon lange. Wir haben schon lange in der Ho. Hab ich dir auch erzählt? Stimmt, stimmt, stimmt. Hast du auch dich zwei Minuten drüber gefreut? Ja. Jetzt freu ich mich wieder drauf. Klingt nicht so. Wir müssen dringend ein Beet anpflanzen. Ja, aber das hättest du schon vor, ich sag mal, einer Stunde oder anderthalb Stunden machen können. Ja, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber 50% von dem, was ich dir sage, kriegst du auch nicht so richtig mit. Ja gut, dafür vergänzt ich aber wieder die andere Hälfte. Da muss man letztendlich sich gleich drum kümmern, sonst geht das verloren. Kein Sinn. Mach ich jetzt Crack-A-Book auf oder hier? Du bist echt ein magisches Huhn? Ja, pass auf, Hühner verarschen dich. Nö, Huhn ist... Huhn ist tot? Huhn und ich verstehen uns super. Bell abgezogen? Ja, gar kein Problem. Zwei Fleisch, drei Fleisch, drei Fleisch. Was? Die geben ja mehr als ein Bär. Ja, ich habe es aber auch mit einem Knochenmesser gemacht. Das darfst du nicht vergessen. Immer drei Fleisch aus dem Huhn finde ich jetzt trotzdem sehr viel, aber mit einem Knochenmesser. Oh, Mr... Ich brauche dringend andere Geräusche. Mr. Longline. Vielen lieben Dank für 20 Monate. Hört er eigentlich irgendwann auf, mich zu erinnern? Ist ein Tag der neue Prime-Brain, er hat mich Verlängerung und Jubilierung getrennt. Ist das so? Ich weiß nicht, ob man das abschalten kann. Aber das... Ich bin noch im Fahrrad-Chassis und das Chassis von einem großen Motorrad. Ich glaube, ich auch erinnern irgendwo. Also es kommt jetzt nicht von mir. Aber vielen lieben Dank. Dankeschön. Bitte was hast du? Asrak? Asrak? Mhm. Ich wollte eigentlich nur wissen, was du gesagt hast, aber... Ich bringe ein Fahrrad-Chassis und das Chassis von einem großen Motorrad noch mit. Ah, okay. Und nicht noch im Klo. Oh, noch ein Kompombo. Stufe 2. Ich glaube, den nehme ich dann auch. Ja, unbedingt. Bei mehr Schaden und Mods ist gut. Oh, ein Langschwert. Stufe 2. Mitnehmen. Ich habe auch Langschwert 2. Oh, da klont sich. Die sind ja eben schon fast zu übertrieben, die Kisten, die hier stehen. Hm. Nicht wirklich. Doch, doch. Doch nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum sie die so in der Reihenfolge hingestellt haben. Das ist toll. In den meisten ist nur Rotting Flash drin. Verstehe ich gar nicht. Merkst du was? Ja, merkst du was. Die Kisten sehen toll aus, aber da ist halt nicht wirklich toller Kram drin. Aber ich habe Sorcerer Globes gefunden. Aber auch nur Stufe 1. Ups. Alles klar, ich bin mal weg. Da sind diese Viecher, die in den Wasserturm drin sind, sind da drin. Ich bin zu überladen. Ich gehe erstmal nach Hause und mache mich mal leer hier. Ich bin einfach zu überladen gerade. Ich sprach so nah und mache was mit. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Bandit Archer. Oh Gott, Tisswin! Asak! Mhm. Oh! Und jetzt als Satz? Ich bin tot. Ah, du bist tot. Glaube ich. Bang TV! Vielen Dank für den Raid. Vielen Dank für den Raid. Und hallo, lieber Chat von Mank TV. Erstmal kacken. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo geht's nach Hause? Da. Oh, hab ich mich verjagt. Kannst du mal hier mal klippen? Raid! Vielen lieben Dank. Bang! Ja, hallo. Geil. Hast du schon mal einen Bandit Archer getroffen, Asak? Bandit Archer? Ja. Nö. Glaube nicht. Dann viel Spaß, wenn du mal einen triffst. Wenn der sich genauso verhält wie meiner, dann steht der erst doof vor dir rum und dann denkst du, hey, könnte das ein NPC sein? Und ich hab genau einen Meter vor dem gestanden. Und plötzlich holt der seinen Bogen raus und fängt an, echt Dauerfeuer auf mich zu hämmern, ne? Okay. Ich hab 15 Leben und der ist immer noch hinter mir her. Supermanion, vielen Dank für den Resub. Elf Monate. Skyhunter, hi. Und der trifft echt gut, ne? Ja, das ist ja dann das Mindeste, was man erwarten kann, oder? Wo ist denn... Wo ist denn die Ho? Das ist die, die ich reingepackt hat und wo sind die anderen? Hatten doch ne Ho. Ich seh sie nicht. Ja, ne Ho, Level 2. Ja, aber wo ist sie? In einer von den drei Kisten. Ich hätt's dir sagen können, bevor das quasi überwiegend alles in einer Kiste geladen ist. Ich gönne mir jetzt einen Penkeler. So, fertig. Ja, mach doch. Rebar-Frames haben wir jetzt auch. Boah, ey, der hat mich aber echt verjagt, der Typ da. Der war unberechenbar. Cooking Pot. Oh, mal zwei Stück sköp' ich gerade mal. Haubi, einen schönen guten Tag. Bei der waren übrigens jetzt mittlerweile noch ein paar Kommentare, ne? Also es vermissen dich natürlich noch mehrere Leute. Animal Height Hood. Und packe ich hier auch rein. Ey, brauchst du ne Iron Leg Armor? Ich packe die hier mal mit in die... Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir unten noch eine haben. Eigentlich. Danke für den Clip. Ich vermute mal, das ist das, was ich denke. Steel Crossbow. Da sind die drin. Wo kommt denn sowas, die Fahrrad-Teil rein? In die allgemeinen Kiste. Da hab ich's reingeworfen. Tja, drei Stück. Drei, ja. Mini-Bike haben wir ja auch schon. Haben wir aber ein Chassis erst. Motorcycle-Chassis haben wir. Ja, ist egal. Es fehlt uns auf jeden Fall die Wack-Bunch. Hattest du nicht schon gelernt? Na, ha, 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 Level 5, äh, nee, Level 5 oder 25, eins vorbei. Irgendein dicker Hemmschuh war da dran, warum es nicht ging. Oh, okay. So, ich nehme mal alles irgendwie, was wir an Samen haben und packe jetzt erstmal ein Beet auseinander. Ja. Und ich glaube, die waren da drin, die Coins. Da sind die, okay. Hier wird auch echt ganz nett. So, dann haben wir hier den Compound-Bow. So, dann haben wir hier dieses, das macht 34 Schaden. Oh, das Long-Sword ist gar nicht besser. Das macht 27 Schaden, das Long-Sword. Und 54 Power-Attack-Damage. Ja, aber es ist schneller wahrscheinlich. Bei Zwölft-Auer-Taus sind 60 Attacks pro Minute. Das andere hat auch 60 Attacks pro Minute. Es macht einfach mehr Schaden. Was macht mehr Schaden? Das Sword 2. Ja, okay. Also nicht viel mehr, aber ein bisschen. Ein bisschen reicht ja schon. Ein bisschen reicht schon, genau. Oh, ich muss gleich dringend. Ich muss mal eine Scheibe Käse essen gleich. Ich hätte ja echt Bock, mal weiterzumachen. Ich muss eben, ich hole mal eben wenigstens gleich kurz Käse. Ah, ich glaube, ich habe gar keinen mehr. Ich müsste noch einkaufen. Okay, ich habe den Bogenschützen gefunden. Er hat mir ins Kreuz geschossen. Der ist Sack. Ja, alles klar. Ich gucke mir das mal von oben an. 300er ist das. Oh! Die Sau! Ich habe nicht mal was gemacht! Ich denke, du hast Akku gezogen. Nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken. Das war ja klar. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich denke, du hast Akku von dem Typen. Ich gucke da nur über den Balkon und kriege voll auf die Mütze. Ja. Jetzt ist es vorbei. So, ich will hier in Ruhe mein Beet anlegen. Herrgott, nochmal. So schwer kann es ja nicht sein. Auf ein neues. Ich denke, was schießt denn da? Übeles Ding, ey. So langsam müssen das mal 1200 Tatanen sein, die du da hast, oder? Eins hat es ja eben mit einbauen, ja. Ja, er hat mir nur umgebaut. So, bitte, was hat es gemeint? Ach, ich denke gerade. So langsam müssen das aber 200 Tatanen sein, oder? Äh, 1000, 1000, 200 Tatanen, oder? Die du da hast, die Tannen da? Vor der Tür? Äh, muss ich gucken. Habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Weiß ich noch gar nicht. Äh, Eisenpfeilspitzen dauern immer noch, ne? Sehr lange, oder? Kann ich gar nicht, habe ich nicht gelernt. Wodurch lernt man das denn? Äh, Armour, äh, diese Munitionsfähigkeit. Ähm, bei Fantasy... ...ist, äh, ist Ammunition. Auf Stufe 2. Dafür brauchst, äh, äh, den Job bei Fantasy auf 4. Ich habe ihn überhaupt erst auf 3. Und dann kann man erst Eisenpfeile machen? Oh Mann. Ne, dann musst du das lernen, und dann kannst du die Eisenpfeile machen. Naja, klar. Also das, äh, dauert einen Augenblick. Ja, ja, alles klar. Oh, das ist alles nicht so einfach, ne? Ne. Ah, alles klar. Boah, jetzt schon keine Ausdauer mehr. Krass. Hallo? 18. Da muss es eine bessere Quelle geben, oder? Warum zum Geier habe ich denn so wenig... Ja gut, Trinken ist so weit runter. Dann habe ich einen Malus, ne? Das ist das Problem. Ja, Trinken ist, ist alle bei mir. Das ist das eigentliche Problem mit dem Trinken. Trinkt aber nur ein Sticky. Ein Sticky ist echt ein bisschen wenig immer. Bringst du mehr? Oh, sieben Stickys. Ja, das geht besser. Der Gänger. Ach, schade. Wenn wir erstmal essensunabhängig sind, wenn wir erstmal was anbauen können und verwerten können, sieht besser aus. Ja, ja. Ja, das ist schon ein großes Ding hier, ne? Halt, ne? Ja. So. Drei Beete sind angelegt. Okay, das ist super. So, das haben wir schon mal. Da gucken wir nochmal rein. Wir sind bei 25 Minuten. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Feuer oder so. Hopfen hätten wir hier noch. Hopfen ist aber nicht so wichtig, ne? Unser. Nicht unser Problem. Wir brauchen Pilze. Was man wirklich braucht. Ja, Pilze. Ich habe einen Pilzsamen angesetzen können. Aber wir müssen halt gucken, dass wir auch besser abernten können. Was wir noch haben, sind die Notkaninchen. Die Elf. Wir noch verzehren. Also alle Stricke reißen. Wir müssen keine Jucca-Samen herstellen. Das ist halt Aloe Vera natürlich auch nicht. Jucca-Samen, 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 Jucca-Samen. Und dann die Jucca-Samen, Jucca-Samen, Jucca-Samen. Und dann die Jucca-Samen, Jucca-Samen, Jucca-Samen. Deshalb so langsam können wir mal was essen. So, lass mal zumindest aus der Folge verabschieden. Ja. Weil 28 Minuten um. Vollkommen richtig. Kannst du nochmal Fleisch und Bacon und Eggs ansetzen? Das kann ich machen, ja. Das wäre schick. Das wäre schick. Nach Hause. Ist ja auch gleich 22 Uhr. Okay. Dann wünschen wir euch was. YouTube. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.